Was hast du da bitte ausplayt? Dich Oh Oh mein Ja leute und damit gesucht 2 eine weitere Folge von Let's Play Rocker League wieder mit dem Charlie Boah, da muss ich grad husten, ja Ok, Kranz Mit dabei, das habt ihr jetzt mitbekommen Ähm, ja, also wir machen wieder 2 gegen 2 damit die letzten beiden Runden hab ich gewonnen, mit meinem einmal mit Pharao und einmal mit Poncho Und mal sehen wir, wie es heute aussieht wie spielen wir die Map, die wir beim letzten Mal gespielt haben Mit wem spiele ich? Mit C-Plays Ach du Schande Naja C-Plays Ich hoffe du bist so ein C wie du auch sonst immer bist Alter Weg mit dir Merlin Oh, die spielen mit Mädchen Ok Oh, schön C-Block Oh mein Gott Hashtag C-Block-Kravur Ok, schade Er sah aber Fakt so aus, als wäre er reingegangen What the hell Ok, der Start ist schon wieder heftig Weg da Charlie Weg zu da Oh, das war doof Nein AAAAAAAH Dafür Charlie Das kann doch nicht sein Leute Das kann so nicht weiter gehen Zack Ein Pferde Ach, in der Omega Das ist schon wieder so ein schlechter Anfangen Fuck Ein Trick hat nicht funktioniert Aber vielleicht funktioniert ja meiner Nein Ok, nein Wenn ein C-Block mit fährt dann nicht I coming I coming not I coming Oh mein Gott C-Block coming Mann bist du doof C-Block Warum berührst du den denn nochmal? Wiese Nein, jetzt fliege ich Ich will nicht fliegen Ey C-Block, schieße doch Och man Swan vorbei Oh Ey, Mann Komm Mann Toll Merlin Ja, schön vorbei an Charlie Schön vorbei an ihm Oh mein Gott, schön C-Block Boah, dann muss man sehen wie der da von oben noch eingesprungen ist Schön, wow Ich hatte keine Probleme in dem Moment Ja, ja, ja Geil Na doch Charlie hat mich den Trick gemerkt vom letzten Mal Ne, das ist mein Trick Shit Shit Mann Merlin Nerv mich nicht Ja, wenn du es toll gesehen hast, kannst du doch mal bereit drücken Ja, wenn du es toll gesehen hast, kannst du doch mal bereit drücken Ich hab grad meine Nase geputzt und auch egal Interessiert mich nicht Äh Sch- 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 Oh mein Gott Mann Los Ey Nektar Weg du da Ja 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 Schönik. Schönik. Schön, ich kenne nichts. Tschüss bald. Ja! Tschüss Nick. Ja, ciao! Schön mit dir gelebt zu haben... Oh mein Gott, Digga, alter Merlin. Oh, schön, Alter, ich hab schon gedacht. Ich hab schon gedacht. Guck dir das an. Jetzt guck mal Merlin an. Oh mein Gott, sehr gut gemacht, C-Block. Aua. Okay, der Trick hat leider jetzt mal nicht funktioniert. Okay, C-Block. Wo bist du, wenn man dich braucht, lol. Ah, okay, der ist da. Der ist da, Leute, schön. Ich spring einfach über. Was mach ich da? Schön, C-Block. Ich bin doof. Hast du recht, nee, Spaß. Nee, Leute, ich verlinke euch den Charlie mal unter in der Videoschang, der macht ja auch YouTube. Ihr könnt auch gerne mal vorbeischauen. Nein, echt nicht. Und ein Live bei ihm da lassen. Ja. Zurückwärts. Ey. Oh, meine Stimme. Los. Weg da. Ja. Ja. Mann, ich will nicht bald mal. Ich will mir alleine. Was war das denn? Ich will mir alleine. Oh, Jungs. Nix, 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 nix. Jungs und Mädels. Oh mein Gott, schön. Nein. Charlie, nein. Huh. Ja. 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 Nein. Los. Ey. Was ist über ihn drüber? Ja. Das war ich. E-Block. Ja, deswegen sag ich ja schön. I coming, I coming not. Los, Merlin. Ich mach mir ein paar Twigs. Nein. Na, schön. Outplayed. Was hast du da bitte? Outplayed. Dich. Oh mein Gott. Wie hab ich das gehalten? Oh mein Gott, Leute. Schaut. Er läuft. Spur zurück. Spur zurück. Und sagt mir das. Bitte. Wie geil das war. Auch wenn Charlie jetzt Tor gemacht hat. Was war das für ein geiler gehaltenes Tor. Äh, wie auch immer. Kann kein Deutsch mehr. Aber. Uha. Kann noch fünf Minuten. Ähm, ich weiß schon. Ne, ne. Woll. Jetzt mal an allem frei. Ne, warum geht der Ball in die Richtung? Boah. Ja, schön. Jetzt. Ne, ne. Ich verliere schon wieder. Doch, ne, ne. Doch, doch, doch. Unfair. Also, wir haben es ja mit Pharao gezockt. Pharao haben wir schon gezockt. Mit einem Ponchi. Ne, mit einem Ponchi, ne. Und mit einem C-Block, ey. Das sind immer ganz schön bekannte Leute, ja. Oh, jetzt. Okay, jetzt hat der Trick gar nichts gebracht. Schade. Ich bin ernst, Charlie. Das war mein. Oh, neul ist noch. Ach, du meine Güte. Ach, du meine Güte. Jetzt damit. Los, Merlin. Trigger ihn. Merlin bleibt einfach stehen. Und da ist der nächste Türchen. Der wär auch so reingegangen. Guck die Wiederholung, Mann. Der wär auch so reingegangen. Pass auf. Guck, ich mach den Cesar. Guck, der wär so und so reingegangen. Von daher. Oh, ich wollte ihn noch. Oh. Trick 90. So, der ist 5.3. Sehr gut. Trick 90. Das muss man an den Ball, bald vorbeifahren. Jo, also, ich würde mal sagen, ich krieg 66. Ja, so was, Bahler. Das muss man sich doch hier mehrmals gönnen. Charlie, wie hat dir das vorgefallen? Schlecht. Oh. Alter. Mann. Merlin. Schlecht. Schön Merlin. Alles auf Merlin schieben. Shit. Komm, I have speed. And Charlie. Oh my god. Schön gemacht. Schade. Egal, Poncho, Poncho, Poncho. Oh, schade. Das wär richtig geil gewesen. Poncho heißt der, ja. Handy. Äh. Seeblock. Seeblock, genau. Poncho war letzte Runde. Seeblock, meine ich auch. Ah, das gehen dauert noch so lange. Kann es nicht jetzt schon vorbei sein. Nein. Tschau. Oh, mein Gott. Ich bin schneller. Ach, dein Ernst. Aber Seeblock ist besser. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Aber du bist dumm. Oh mein Gott. Ich kann mit Fullspeed. Ich wollte von der Seite. Nein. Ich kann mit Fullspeed hinter dir. Ja. Ja, der wär eh reingegangen. Shit. Jawohl. 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 Oh mein Gott. Jawohl. Alter. Ja, hier ist dein Jawohl. Trickshot Nummer 67. Ja, ich kann. Alter. Alter, das macht so, mit so welchen Leuten zu zocken wie Charlie. Das macht einfach Bock. Das macht übelst Bock. Oh, danke Charlie. Nein, du Cut Merlin. Ey Merlin steht mir da noch im Dick, ey. Aber Merlin, jawohl. Das kann ich. Ja, wohin denn? Ja, ins Tor. Ey. Genau, schön Merlin. So macht man gute Tore. So macht man nicht gute Tore. So macht man nicht gute Tore. Falsch getroffen. Nein. Hilfe. Doch. Ja, schön. Schön. Komm. Mit Speed Vorwürfeln. Ein Vieh schneller. Ein Vieh schneller. Ah. Ins Tor. Oh. Zieh Block schön. Nein. Vorbei. Ja, schön Zieh Block. Ja, schön. Ja, nicht schön. Doch schön. Hab ich. Gott. Meins Sie. Falsch. Oh. Alles klar. Jo, dieses Tor von C Block, ey. Guck dir das an. Ihr 30%t liegt in die Ecke, ey. Und guck' dann schön in die Ecke, ey. Schlecht. Ähm. 8 zu 5, Leute. das sieht doch schon mal ganz gut aus nein aber weg da mit dir stehen wir nicht im Weg rum wenn ich Rocket League spiele Fallrückzieher nein ja schön nein kippkommi weg da nein ja doch nein ja doch nee ja doch oh oh mein Gott deutscher Grasur ich bin auch in den Himmel geflungen so hier guck Ciao Charlie Trickshot Nummer 69 oder 70 du wirst immer mittlerweile angelangt 5 5 oh Mann warum habt ihr das nicht wieder gemacht mit dem wegwürfeln sag ich jetzt mal ja schön Charlie ja wunderbar ja wunderbar dann machen wir eben 8 Sekunden später das nächste Tor ja 4 zu 5 ok Leute ich glaube wir können jetzt eh Risiko spielen weil das sollte safe sein easy game noch ja klar guck wie geil oh mein Gott oh mein Gott schien er sagt so easy game und dann verfehlt er den wie geil oh mein Gott C-Blocks Team ist best gewesen hallo hallo mehr gehen könntest du mir mal bitte aus dem Weg gehen ne ok das ist irgendwie gewonnen Leute stimmt ne nächster meins geht ja schön Charlie ja schön ja wunderbar ja vielen Dank oder auch nicht wie ja nein ja fachiiiinnn schön Das ist ja schon heftig grad von mir. Oh, ich bin gut gehalten. Das war grad aber schon heftig von mir, hast du das gesehen? Okay, habtest du es von mir gesehen? Ja Leute, also ich seh mich jetzt zum dritten Mal hier. Und sonst würd ich sagen Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gern ein Like da. Und ja Leute, bis zum nächsten Mal, cha-cha. Ja Leute, bis zum nächsten Mal.